Ich habe heute einen richtig coolen Geheimtipp und zwar ein Werkzeug, ein KI-Werkzeug, mit dem könnt ihr Dinge wegzaubern aus Fotos, zum Beispiel Personen, Objekte oder Texte und das sieht richtig heftig aus. Schaut euch das mal an hier auf dieser Webseite unter cleanup.pictures, da könnt ihr tatsächlich hingehen, ein Foto hochladen, egal welches, und dann markiert ihr den Bereich, den ihr weghaben wollt. Das kann eine Person sein, ein Text, irgendwas, was stört und das markiert ihr einfach mit dem Pinsel und dann wird das Ganze wegretuschiert in der kostenlosen Version, in einer vergleichsweise akzeptablen Auflösung. Wenn ihr das in einer richtig guten Auflösung haben wollt, dann kostet das ein bisschen. Dieses Tool habe ich mir auf jeden Fall gebookt, Marc, weil das brauche ich wirklich fast täglich. Was glaubt ihr, was habt ihr damit wegretuschiert? Schreibt es mir gerne auf und speichert den Beitrag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.